Du selbst bist nicht schuld an deinem Übergewicht. Du selbst bist nicht schuld daran, dass du es nicht schaffst abzunehmen. Steile These, oder? Vielleicht denkst du jetzt, naja, aber ich esse ja die ganzen Sachen und ich kann mich ja selbst nicht motivieren. Also bin ich ja schuld daran. Genau dieses Denken verstehe ich sehr, sehr gut und genau deswegen mache ich auch jetzt dieses Video für dich, wie ich darauf komme und was dahinter steckt. Schauen wir uns jetzt direkt in diesem Video an und es wird es dir sogar leichter machen, dein Wunschgewicht zu erreichen, wenn du erkennst, dass du daran nicht schuld bist. Und damit hallo und willkommen, hier ist wieder Martin, dein Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. Und wenn du selbst ein paar Kilos zu viel auf den Rippen hast, wirst du ja sehr schnell auch in irgendwelche Schubladen gesteckt, also andere Urteilen über dich, ohne dich wirklich zu kennen. Du bist dann einfach faul, du bist undiszipliniert und du hast dein Leben einfach nicht im Griff, wenn du ein paar mehr Kilo auf den Rippen hast. Und oft kriegst du dann vielleicht auch ganz tolle Ratschläge von Menschen, die selbst noch nie in deiner eigenen Situation waren. Und da kommen dann so Sachen wie, ja, du musst doch einfach mal weniger essen. Raff dich doch mal auf, iss doch mal mehr Salat. Hör doch mal auf, die ganzen Süßigkeiten zu essen. Beweg dich doch einfach mal mehr. Du musst doch einfach mal durchziehen können. Du musst doch einfach mal Disziplin haben. Naja, du selbst fühlst dich dadurch nicht so wirklich verstanden und irgendwann, je öfter du das hörst, glaubst du das, was die anderen Menschen sagen und dein Selbstbild wird dadurch immer negativer. Und du denkst dann, ja, ich bin einfach nicht diszipliniert. Ja, ich will es einfach nicht. Ja, ich bin halt nur mal dick und dann ist das so und ich kann nichts ändern. Und vielleicht versuchst du ja auch diese Vorurteile irgendwie auszugleichen mit viel Arbeit und viel Fleiß, weil du möchtest ja genau das Gegenteil davon beweisen, was die meisten Menschen ja einfach nur an einem Äußeren festmachen. Du opferst dich vielleicht auch wie andere auf, um irgendwie Wertschätzung, Anerkennung und Liebe zu bekommen, um das irgendwie alles wieder auszugleichen. Aber du selbst hast keine Schuld daran, dass du übergewichtig bist und dich unwohl fühlst. Weil du selbst tust doch jeden Tag dein Bestmögliches, was du geben kannst, aktuell. Du versuchst doch irgendwo krampfhaft endlich abzunehmen. Klammerst dich doch irgendwo an jeden kleinen Strohhalm und hoffst endlich, diese eine Sache zu finden, die es dir ermöglicht, dauerhaft wirklich abzunehmen, um endlich dein Wunschgewicht zu erreichen. Ja, weil du selbst sagst dir doch nicht komplett bewusst, ja, jetzt esse ich erstmal ganz viel, um mich unwohl und unzufrieden zu fühlen, um mir mein Leben so schwer wie möglich zu machen, um krank zu werden und meine Gesundheit einfach zu zerstören, damit ich auch, ja, ein ganz schreckliches Leben habe. Ganz ehrlich, das machst du doch gar nicht, oder? Weil erst ist doch so, dass dir bewusst ist, dass du etwas verändern möchtest und du ja theoretisch weißt, was zu tun wäre, aber es irgendwie nicht schaffst. Was dich dann natürlich super frustriert und auch verzweifelt und dich dann einfach auch so hilflos und ratlos machst, weil du nicht weißt, woran das liegt. Aber eins kann ich dir sagen, Übergewicht entsteht zu 90% aus emotionalem Essen. Und emotionales Essen ist eine rein psychosomatische Sache. Ja, deswegen ist Übergewicht und die Ernährung nur ein Symptom. Die Ursache dafür liegt ganz woanders. Und meist versucht man mit diesem emotionalen Essen etwas runterzuschlucken oder irgendwas in sich hineinzufressen. Und das sind meist natürlich irgendwelche unangenehmen Gefühle und auch Gedanken, die halt immer wieder im Alltag hochkommen. Und sobald du sie merkst, versuchst du sie wieder in dich hineinzufressen oder einfach nur runterzuschlucken. Und das ist der Punkt, an dem du dann so kleine Essanfälle bekommst oder so emotionalen Heißhunger. Weil du einfach versuchst mit Essen diese emotionalen Wunden, die in dir so viel Traurigkeit, Wut, Angst, Scham auslösen, irgendwie wieder runterzuschlucken. Ja, da hast du die eine Situation im Alltag, die in dir diese unangenehmen Gefühle auslöst. Aber du weißt nicht, wie du richtig damit umgehen sollst. Wenn diese Angst kommt, wenn diese ängstlichen Gedanken kommen, wenn diese Traurigkeit, diese Schwere kommt. Und du weißt einfach nicht, wie kriege ich das los, aber du willst es loswerden, weil es super unangenehm ist. Und dann hast du für dich einfach gelernt, okay, wenn ich esse, dann entspannt es mich und dann fühle ich mich danach besser. Das ist dann letztendlich dein Kompensationsmuster. Und das führt langfristig dazu, dass du mehr isst, als du verbrauchst, zunimmst. Und dadurch, dass du zunimmst, hast du weniger Energie. Es fällt dir immer schwerer, dich zu bewegen. Du bewegst dich dann noch weniger. Und das steigert letztendlich dein Übergewicht noch mehr. Von Schlaf und Stress gehört auch noch mit dazu, aber das würde es jetzt sehr groß machen. Dazu habe ich aber auch schon extra Videos gemacht, die kannst du gerne hier auf meinem Kanal anschauen. Was hier ganz wichtig ist zu sagen, wenn du dich jetzt fragst, ja, warum kann ich das denn nicht? Nein, wir haben es halt hier in unserer westlichen Welt nie gelernt, wie wir vernünftig mit diesen unangenehmen Gefühlen, Gedanken gesund umgehen können. Und dazu kommt, dass wir nie wirklich irgendwas über Ernährung gelernt haben. Also wir hatten in der Schule nicht das Fach Ernährung. Irgendwie lernen jetzt mal das Fundament, wie man sich gut ernährt. Das hat keiner gehabt. Und außerdem ist Essen immer verfügbar in der heutigen Zeit. Du könntest jederzeit alles essen, was du willst. Du bräuchst es nur einmal anrufen. Du kannst dir Burger, Pizza, Nudeln. Du kannst dir einfach alles bestellen. In der Steinzeit musste man sich vorher noch bewegen, aktiv werden, um Nahrung zu bekommen. Das ist klar, dass halt die Menschen früher, oder die anderen Teilen nicht übergewichtig waren. Übergewicht ist ein Phänomen unserer heutigen Zeit, unserer Gesellschaft. Und das zeigt sich natürlich auch, dass unser Alltag immer komfortabler wird. Wir müssen immer weniger körperlich aktiv sein. Und dann kommt natürlich das eine zum anderen. Du hast das Gefühl, du musst immer funktionieren, du musst immer Leistung bringen, was in dir auch wieder Angst, Unsicherheit und Stress auslöst. Und das ist so unangenehm. Und du weißt halt nicht, wie du damit richtig umgehst. Du willst es aber weghaben. Was machst du? Du schluckst es runter. Du frisst dich in dich hinein, um es nicht fühlen zu müssen. Oder vielleicht ist Essen für dich etwas, was dich entspannt. Wenn du Stress hast auf Arbeit, dann hast du für dich gelernt, okay, wenn ich was esse, dann entspannt es mich. Dann, ach. Das ist mein Weg zu entspannen, weil du dir selbst diese Ruhe gar nicht geben kannst. Und so kommt eins zum anderen. Und du nimmst stetig und langsam Schritt für Schritt zu. Und das, was dich jetzt in diese jetzige Situation gebracht hat, sind unterbewusste Denk- und Verhaltensmuster, die du in der Vergangenheit einfach gelernt hast. Also durch deine Erziehung, durch deine Prägungen, durch Glaubenssätze, durch dein Selbstbild, durch Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast und natürlich auch emotionale Verletzungen, die du gesammelt hast. Sehr viel davon in der Kindheit, wo du einfach viel schutzlos ausgeliefert warst, aber dann natürlich auch mit steigendem Alter bis hierhin. Und das sind alles Dinge, die in dir arbeiten, wie so ein unterbewusstes Programm. Und immer wenn davon was hochkommt, die ganzen unangenehmen Sachen, dann ist es dein Weg, mit Essen zum Beispiel, da so schnell wie möglich wieder rauszukommen, was die Konsequenz hat, dass du einfach zunimmst. Und deswegen bist du nicht schuld an deinem Übergewicht. Bei dir sind diese ganzen Programme, die in dir ablaufen im Hintergrund, überhaupt gar nicht bewusst. Und deswegen ist es ja auch der Grund, warum du verstehst, was zu tun wäre, um abzunehmen. Aber dein unterbewusstes Programm manipuliert dich, das Ganze überhaupt umzusetzen. Du weißt, du willst auf deine Ernährung achten, aber dann kommt diese eine Situation im Alltag, die etwas Unangenehmes in dir auslöst. Und dann schluckst du es mit Essen runter oder frisst es einfach in dich hinein. Und naja, meistens ist es ja dann kein Apfel, sondern irgendwelche zuckerhaltigen Sachen, fetthaltige Sachen. Und damit drückst du dieses Unangenehme weg und Zucker löst in dir gleichzeitig auch Glücksgefühle aus. Und so hast du für dich einfach gelernt, okay, ich fühle mich unangenehm, wenn ich etwas esse, fühle ich mich besser. Das wird zu einer Gewohnheit. Und dann wiederholt sich das, ohne dass du es überhaupt noch merkst. Und in dem Moment, wo es dir wieder bewusst wird, also nachdem du es gegessen hast, dann verurteilst du dich und sagst, ich wollte doch darauf achten, jetzt habe ich das gemacht, ich kann es einfach nicht durchziehen, ich habe keine Disziplin. Das ist ein kompletter Teufelskreislauf, der sich immer wieder bei dir wiederholt, wo du einfach nicht rauskommst. Auch ich selbst habe mich in der Vergangenheit oft selbst fertig gemacht. Ich bin hart mit mir umgegangen. Anstatt Selbstliebe und Akzeptanz mir gegenüber, habe ich mich selbst abgelehnt und selbst gehasst. Ich habe schlecht mit mir selbst geredet und mich selbst klein gemacht. Weil das mein Selbstbild von mir war, weil ich dachte, so bin ich, also muss ich mir das immer wieder bestätigen. Als mir bewusst gemacht wurde, dass all das in mir unterbewusste Programme sind, konnte ich das für mich erkennen? Woher das alles letztendlich kam? Und ja, anfangs habe ich auch die Verantwortung abgegeben und andere für meine aktuelle Situation verantwortlich gemacht. Bis ich letztendlich die Verantwortung für mich übernommen habe. Je mehr ich mich kennengelernt habe und verstanden habe, umso mehr konnte ich mich selbst akzeptieren und liebevoller mit mir umgehen und letztendlich erkennen, dass es nicht an meiner Unfähigkeit oder meinem Charakter liegt, sondern das sind unterbewusste Denk- und Verhaltensmuster, die ich in meiner Vergangenheit gelernt habe. und ich kann nichts dafür, weil sie sind unterbewusst. Ich sehe sie nicht und außerdem habe ich mir das nicht ausgesucht. Jetzt hast du natürlich zwei Wege, mit dieser Erkenntnis umzugehen. Du kannst dich in die Opferrolle bringen und andere für deine Situation verantwortlich machen. Dass du sagst, ja, meine Eltern sind daran schuld, mein Umfeld, meine Kollegen, mein Chef, die sind alle schuld daran, dass ich jetzt in dieser Situation bin, nicht abnehmen kann und mein Leben zum Beispiel schwer ist. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, es wird dir nichts bringen, weil du schiebst letztendlich nur die Schuld, die du dir selber vorher gegeben hast, auf andere. Das ändert absolut nichts an deiner Situation. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe mich so oft selbst in die Opferrolle begeben. Es ändert gar nichts. Der zweite Weg ist, du kannst jetzt aber auch die Verantwortung übernehmen. Für dich, für deine Gesundheit, für dein Leben. Weil solange du die Verantwortung abgibst und anderen die Schuld für deine aktuelle Situation gibst oder für dein Leben gibst, wirst du dich immer hilflos und machtlos fühlen. Du wirst immer traurig sein. Du wirst wütend sein auf andere. Du wirst andere immer wieder dafür verantwortlich machen, aufgrund dieser Hilflosigkeit und Machtlosigkeit. Übernimmst du aber die Verantwortung, hast du die Macht über dein Leben und du kannst dein Leben selbst verändern und gestalten. Wenn du die Verantwortung übernimmst und dich weißt selber, wie schwer es ist, Eigenverantwortung zu übernehmen. Wir übernehmen gerne lieber die Verantwortung für andere oder anderes, anstatt die Verantwortung für uns zu übernehmen. Weil die wiegt ein bisschen schwerer, aber die verändert auch am meisten deinem Leben. Und wenn du die Verantwortung für dich übernimmst, dann kannst du dir auch die Menschen an die Seite holen, die dir den Weg daraus zeigen. Die dir zeigen, wie du abnehmen kannst. Wenn du die Verantwortung für dich übernimmst und sagst, hey, okay, ich übernehme die Verantwortung, ich kann für meine Situation so erstmal nicht viel. Okay, akzeptiere ich. Wer kann mir jetzt dabei helfen, da rauszukommen? Weil erst die Akzeptanz und die Verantwortung kann wirklich etwas grundlegend für dich verändern und letztendlich auch zu deinem Wunschgewicht führen. Ein super wichtiger Impuls für dich. Nimm dir denn bitte mit. Das verändert sehr, sehr viel. Das hat in meinem Leben sehr viel verändert, in mir selbst die Unschuld zu sehen. Dadurch bin ich viel offener mir selbst gegenüber, mach mich selbst nicht mehr fertig, gehe liebevoller mit mir um, gib mir selbst viel mehr Wertschätzung und damit ist auch mein Leben immer besser geworden. Und das sehe ich auch immer wieder bei meinen Kundinnen, die mit mir zusammenarbeiten. Wenn du da noch tiefer einsteigen willst, dann kann ich auf jeden Fall das Video empfehlen. Klick hier gerne drauf. Das ist eine super Ergänzung zu dem Ganzen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Mach's gut.